Zudem ist die Königin gekommen. Führt sie herein. Bring mir rasch einen Apfel. Einen Apfel, Herr König? Ja, einen schönen rotbäckigen. Was hast du vor? Ich werde der Königin einen Apfel anbieten. Sie wird denken, dass er vergiftet ist und zur Strafe für ihre bösen Taten soll sie tausend Ängste ausstehen. Frau Königin, ihr werdet schon erwartet. Schneewittchen! Ja, Schneewittchen lebt. Bleibt! Wo wollt ihr hin? Seht, ich habe etwas für euch. Kommt näher. Ihr hattet Schneewittchen einen Apfel geschenkt. Nehmt diesen zum Dank. Diesmal bekommt Schneewittchen die weiße Hälfte. Und ihr die andere mit der roten Backe. Nehmt! Jagt sie aus dem Land! Und niemals darf sie sich wieder unter Menschen sehen lassen! Is immer noch ein klar ?